ARD Endlich, endlich fängt es jetzt wieder an. Ohne das in der Nase, finde ich, kann es ja nicht Weihnachten werden. Ich liebe den Geruch, wenn die ersten ihre Holzöfen anschmeißen und so vorm Feuer sitzen. Da bin ich total Höhlenmensch, da schweifen meine Gedanken ab. Da bin ich sofort entspannt, wie zwei Wochen Urlaub, zwei Stunden da zu sitzen. Ich habe ja Trennungsschmerz jedes Jahr, wenn der Sommer zu Ende geht. Aber das ist das, was mir auch hilft. Also wenn ich diesen Geruch draußen wahrnehme, denke ich, ach ja, es gibt doch ungefähr zweieinhalb Dinge, die cool sind an Herbst und Winter. Wobei, selber vorm Kaminofen sitzen brauche ich irgendwie gar nicht. Deshalb kann ich mich auch nach Silvester noch entspannt an den Halskörper kuscheln, während ganz viele andere sich traurig an die Höhlenmenschzeit zurückerinnern werden. Was nämlich, wenn das Feuer einfach ausgeht. Es könnte tatsächlich vielen passieren, dass Silvester zum letzten Mal das Feuer brennen darf. Schuld ist dicke Luft, die extrem schlechten Abgase, die aus dem gemütlichen Ofen rauskommen. Und da gelten ab dem 01.01. viel strengere Regeln. Und ehrlich gesagt dachte ich bis vor dieser Folge, naja, es wird an so vielen Ecken und Enden die Luft verschmutzt. Sind Kaminöfen jetzt wirklich das große Problem? Absolut. Ein gutes Beispiel dafür ist Garmisch-Partenkirchen, dieser wahnsinnig idyllische Ort in Süddeutschland, an manchen Tagen im Jahr, nämlich dann, wenn besonders viele ihre Kaminöfen anhaben. Du meinst, wenn die Wolken dann so im Tal hängen und so richtig nach Winterurlaub riecht? Ja, ist die Luft in Garmisch-Partenkirchen noch schlechter als in der Smog-Hauptstadt Peking? Bah, das ist für mich unfassbar, für mich als Feuer-Fan. Ich war immer so traurig, dass ich hier in unserer Hamburger Wohnung keinen Ofen einbauen durfte. Aber seit heute bin ich doch ein bisschen froh, denn wir müssen über Feinstaub reden. Dass das, was wir alles so kuschelig und gemütlich haben und das wir so ursprünglich finden, dass das vor allem unfassbar dreckig ist. Heizen mit Holz verursacht in Deutschland so viel Feinstaub wie, Achtung, der gesamte Autoverkehr, also Pkw und Lkw zusammen. So kommt Garmisch-Partenkirchen eben auch mal an Pekinger Luftwerte, hat ein Feinstaub-Experte unserem Team erklärt. Und damit soll eben bald Schluss sein. Für sogenannte Kleinfeuerungsanlagen, dazu zählen eben auch die kleinen Kaminöfen, gelten dann neue Grenzwerte. Knapp 12 Millionen solcher Kaminöfen gibt es in Deutschland und schätzungsweise etwa 2 bis 3 Millionen davon werden die neuen Grenzwerte nicht packen. Das heißt, die müssen eigentlich bis zum Jahresende stillgelegt werden. Wenn nicht, drohen Bußgelder. Aber wie kommt man da drum rum? Geht Kaminofen vielleicht auch sauber, ohne dass man gleich alles austauschen oder ganz drauf verzichten muss? Und ist das mit den Abgasen denn wirklich so schlimm? Das klären wir in unserer neuen Plus-Minus-Podcast-Folge mit Anna Planken und David Alf. Das ist echt eine verrückte Sache. Da denkt man, so ein Feuerchen mit Holz ist ein Rohstoff, der nachwächst, der ganz einfach abgebaut werden kann. Haben wir Menschen schon immer gemacht? Ursprünglicher geht es doch gar nicht. Was kann daran bitte so schlecht sein, dass uns das verboten werden soll? Die kurze Antwort darauf lautet, ziemlich viel ist daran schlecht. Deshalb wurde diese Entscheidung auch schon vor 14 Jahren getroffen und zwar von einer schwarz-gelben Regierung unter Merkel. Die haben im Jahr 2010 eine neue BIMSCHV oder BIMSCHV formuliert. Schöne Richtlinie. Das ist die Bundes-Emissionsschutz-Verordnung und darin wird unter anderem geregelt, was sogenannte Kleinfeuerungsanlagen so rauspusten dürfen. An Dreck, durch den Kamin. Ganz wichtig, es geht nicht um ganze Heizanlagen, nicht die Ölheizung im Keller, sondern um so einzeln stehende kleine Teile, wie zum Beispiel die Kaminöfen, über die wir sprechen. 2010, also eine Reform, die zum Ziel hatte, unsere Luft besser zu machen in Deutschland. Weniger Schadstoffe, weniger Feinstaub, weniger Kohlenmonoxid. Das ist ja jetzt kein schlechtes Ziel und so wurde in diese neue Verordnung reingeschrieben, dass Kaminöfen, die vor 2010 eingebaut wurden und die Grenzwerte für A Feinstaub und B Kohlenmonoxid überschreiten, dass die stillgelegt werden müssen. Da kann es also passieren, dass bald Schornsteinfegerinnen oder Schornsteinfeger klingeln und sagen, sorry, das Teil da hinten im Eck, das darf nicht mehr befeuert werden. Feierabend, letztes Feuerchen am 31. Dezember 2024 bis Mitternacht ab 2025 verboten. Eben weil sonst zu viel Dreck durch den Kamin geht und die neuen Grenzwerte nicht eingehalten werden. Und genau das gilt eben schätzungsweise für etwa zwei bis drei Millionen Öfen. Jetzt fragen sich viele vielleicht von euch, okay, das steht da jetzt auf dem Papier. Was denn, wenn ich einfach so weitermache wie immer und einfach drauf pfeife? Dann hängt das so ein bisschen von eurem Bundesland ab, in dem ihr weiter euren Ofen anfeuern wollt. Die Bußgelder sind unterschiedlich hoch, kann theoretisch aber sogar hochgehen bis 50.000 Euro. Ihr bekommt aber vorher auf jeden Fall Post und es gibt eine Frist zur Nachrüstung. Und Nachrüstung ist ein super Stichwort. Das ist nämlich die erste wichtige Erkenntnis heute. Kurz durchatmen, falls bei euch zu Hause so ein alter Ofen steht. Es müssen nicht automatisch alle alten Kaminöfen raus- oder nachgerüstet werden, die vor 2010 gebaut wurden, sondern bloß diejenigen, die die neuen Grenzwerte nicht einhalten. Aber woher weiß ich denn, in welche Kategorie mein Ofen jetzt fällt? Wer muss sich jetzt bis zum 01.01. überhaupt kümmern? Erstmal durchatmen, keine Panik. Wir haben alle wichtigen Details fein säuberlich in die Shownotes geschrieben. Nochmal in Ruhe zum Nachlesen. Und wichtigste Basis bei der Frage, wer muss sich kümmern, ist das Einbaudatum. Es geht um Kaminöfen, die zwischen dem 01. Januar 95 und 21. März 2010 eingebaut wurden. Da geht es um das Datum auf dem Typenschild. Und es geht um die, die die folgenden Grenzwerte nicht einhalten. Maximal 1,5 Milligramm Feinstaub pro Kubikmeter Abgas und maximal 4 Gramm Kohlenmonoxid. Aber woher weiß ich jetzt, wie mein Ofen da abschneidet? Es gibt drei Wege. Entweder erfahrt ihr es vom Ofenhersteller selber. Da gibt es so Bescheinigungen, die ihr anfordern könnt. Oder ihr guckt selber in der Datenbank nach. Im Internet hat der Industrieverband Haus-, Heiz- und Küchentechnik sowas zusammengestellt. Packen wir euch auch in die Shownotes. Und last but not least, ihr könnt auch den Schornsteinfeger nachmessen lassen. Das kostet aber natürlich Geld. Der erste Weg sollte in jedem Fall zu eurem Ofen führen. Der hat nämlich normalerweise ein Typenschild. Da steht ein Datum drauf und dieses Datum ist relevant. Vor 2010 eingebaut, also vor dem 21. März 2010, dann gelten die neuen Grenzwerte. Jetzt zum Jahreswechsel ist der Ofen jünger, da müsst ihr gar nichts machen. Und wie immer gibt es natürlich auch Ausnahmen in der neuen Verordnung. Zum Beispiel für bestimmte Kachelöfen, für besonders alte historische Öfen oder für Öfen, die die einzige Heizquelle im Gebäude sind. Dann kann es auf Antrag eine Ausnahmegenehmigung geben. Also ich fasse nochmal zusammen. Ist mein Kaminofen vor dem 21. März 2010 in Betrieb genommen worden, dann muss ich nachweisen, dass die neuen Grenzwerte eingehalten werden oder bei der nächsten Kontrolle wird das Teil stillgelegt. Und wenn ich mich nicht dran halte, muss ich irgendwann Bußgeld zahlen. Wow. Wirkt wie die ganz fette Uzi nur wegen eines kleinen Feierabendfeuerchens? Ist das denn angemessen? Während Gigatonner über unsere Straßenbrettern immer noch massenweise Diesel-Loks durch unser Land ziehen und die Stahlindustrie ja immer noch eine Menge Energie verbraucht. Und übrigens das Thema Heizung. Viele, viele Haushalte heizen ja immer noch mit der uralten Ölheizung, mit sauschlechter Umweltbilanz. Und dann gibt es Probleme mit diesen Holzöfen? Ja, wahrscheinlich muss man sagen, es ist angemessen und auch höchste Zeit. Deshalb hat die Merkel-Regierung ja auch schon vor Jahren beschlossen, dass das so kommen soll. Denn der Feinstaub, den diese Kaminöfen produzieren, ist einfach super gefährlich für uns. Von allen Schadstoffen in der Luft ist Feinstaub am schlimmsten. Aber Feinstaub, das Thema ist ja gar nicht neu. Das Thema beschäftigt uns ja schon seit 100.000 Jahren. Ja, man beachtet schon diese Messstationen in der Stadt gar nicht mehr. Eigentlich ist das Thema durch. Feinstaub ist deshalb so gefährlich, weil er besonders tief in unseren Körper gelangt und krebserregend sein kann. Die Europäische Umweltagentur schätzt, dass im Jahre 2021 in der Europäischen Union über, Achtung, 250.000, also eine Viertelmillion Menschen, wegen zu viel Feinstaubs in der Luft gestorben sind. Eine Viertelmillion in einem einzigen Jahr. Warum erzählen wir euch das? Haben wir am Anfang schon kurz angedeutet, weil diese sogenannten Kleinfeuerungsanlagen, also Kaminöfen und ähnliches, in Deutschland so viel Feinstaub verursachen, wie der gesamte Auto- und Lasterverkehr zusammen. Damit man sich das mal konkret vorstellen kann, hat das Umweltbundesamt das auf 100 Kilometer gerechnet. Ein nagelneuer, durchschnittlicher Kaminofen haut pro Stunde so viel Feinstaub raus, wie 100 Kilometer Autofahren mit einem Pkw, der Abgasnormen 6 pro Stunde. Und das ist ja wohlgemerkt der Vergleich mit einem neuen, topmodernen Gerät. Bei den Älteren sieht das ja noch viel schlechter aus. Das Umweltbundesamt hat die Feinstaubbelastung in Deutschland im vergangenen Jahr untersucht und hat festgestellt, private Haushalte in Deutschland, die Holz verheizen, sind für rund ein Fünftel aller Feinstaubemissionen verantwortlich. Das verrückt mir, entweder fährst du Auto oder du heizst. Musst dich halt entscheiden von der Umweltsauerei. Ja, und ich sag mal so, das Autofahren müssen die meisten tun und ob man jetzt wirklich im Wohnzimmer einen Holzscheiter reinwerfen muss. Naja, und es ist ja nicht nur die reine Menge, die ein Problem ist. Auch der Ort übrigens, wo dieser Feinstaub entsteht, ist ein großes Problem. Der Feinstaub aus dem Ofen, aus dem verbrannten Holz, ist besonders schwierig, weil er direkt in den Wohngebieten entsteht. Oder in Kurorten, wie Garmisch-Partenkirchen. Aber nicht nur da. In Stutensee, das ist ein kleinerer Ort vor Karlsruhe, da gibt es ganz ähnliche Messergebnisse. Das Karlsruher Institut für Technologie hat dort an manchen Tagen mehr Feinstaub gemessen als am Stuttgarter Neckartor. Also einem der Auto- und Lkw-Feinstaub-Hotspots in Deutschland. Und Feinstaub am falschen Ort ist noch nicht alles. Das Umweltbundesamt sagt, dass Holzheizungen grundsätzlich schlecht für die Gesundheit sind, weil beim Verbrennen von Holz noch viel mehr Schadstoffe entstehen. Vor allem, wenn der Ofen falsch bedient wird. Geht ganz schnell, je nachdem, was man da so reinwirft. Eine Freundin von mir hat das ganz interessant gehabt. Der Schwiegervater, dem war irgendwie nicht gut. Dann haben die den ins Krankenhaus gebracht, weil die gedacht haben, oh, der Arme hat einen Schlaganfall gehabt. Es stellte sich nachher raus, er hat einfach nur in den Kaminofen das Holz vom Gartenzaun geworfen. Und in diesem Holz vom Gartenzaun war das schlimmste Imprägnierungsmittel und er hat die Dämpfe eingeatmet. Oh nein. Das war ganz, ganz gefährlich. Wow. Aber es geht ihm gut. Ja, ist alles wieder gut. Aber erst haben wir gedacht, das war es jetzt. Also mal Vorsicht bei dem, was man so im Ofen verfeuert. Wichtiger Punkt also, wie viel Dreck oben durch den Kamin rauskommt, liegt auch immer an der Person, die das Teil bedient. Ob die alles richtig macht, das richtige Holz verbrennt. Richtig heiß zum Beispiel, es geht nicht nur um irgendwelche Lacke auf Holzzäunen, sondern wie viel oder wenig Restfeucht ist da drin. Denn mehr Feuchtigkeit im Holz macht erstens viel schlechtere Heizwerte und zweitens, wenn feuchtes Holz verbrannt wird, entsteht noch viel mehr Feinstaub. Ja, und während der Energiekrise ohne russisches Erdgas, als wir in Deutschland ganz schnell weg wollten vom Gas, da hat das Umweltbundesamt zum Beispiel beobachtet, dass besonders viel schlechtes Holz einfach so mal eben auch aus der Nut, dass alles andere so teuer geworden ist, in den Ofen geworfen wurde. Einfach, es war günstiger, zack, altes Brett rein, egal ob Lack oder nicht, in den Ofen und was da aus dem Kamin dann oben rauskommt, ist noch mehr Dreckchemie als bei richtig gutem Holz. Es ist auch super wichtig, was man zum Anzünden benutzt. Wichtig ist, dass schnell hohe Temperaturen erreicht werden und Altpapier oder Karton als Anzünder sind dafür zum Beispiel total schlecht. Hätte ich nie gedacht. Ja, also ehrlicherweise. Den ganzen Altpapierkram da rein ist umweltfreundlich. Und ich sehe das auch bei anderen Leuten, wenn man da ist und dann will man irgendwie gemütliche Stimmung erzeugen, dann schmeißt man da allerlei rein, damit das Feuer endlich brennt. Aber das stellt sich aus. Alles schlecht. Auch da muss man sich Gedanken drüber machen und das ist halt ein großer Unterschied zu anderen Heizarten, denn bei Gas oder Öl kann man ja einfach nicht so viel falsch machen und plötzlich für mehr Schadstoffe in der Luft sorgen. Wir sollten vielleicht mal drauf schauen, was so ein Kamin-Schweden-Bollerofen eigentlich kann. Aber für alle, die jetzt trotzdem nachdenken, weil ja eben gemütlich Höhle, ihr wisst schon, gibt es denn vielleicht doch irgendeine Variante fürs gute Gewissen irgendwas, was nicht so viele Schadstoffe ausstößt. Was muss man wissen, wenn man jetzt doch noch auf einen Kaminofen setzt? Die Heizleistung von so einem Ofen wird in KW, in Kilowatt angegeben. Also quasi, wie stark der Ofen ist. Und da gibt es ganz verschiedene Öfen, aber eine Faustregel, die wir mitgeben können, pro 10 Quadratmeter Wohnfläche, normale Isolierung, normale Raumhöhe, brauche ich 1 Kilowatt Heizleistung für angenehme Wärme. Also bei einer 50 Quadratmeter Bude brauche ich einen Kaminofen mit ungefähr 5 Kilowatt. Dann ist noch wichtig, mal auf den sogenannten Wirkungsgrad zu gucken. Wie viel stecke ich an Energie rein und wie viel Wärme bekomme ich raus? Moderne Kaminöfen haben einen Wirkungsgrad ganz grob so um die 80 Prozent. Das heißt, vom verbrannten Holz wird 80 Prozent in Raumwärme umgewandelt. Der Rest, 20 Prozent, geht einfach so durch den Schornstein. Öfen mit besonderen Luftsystemen, die kriegen das noch ein bisschen besser hin. Die sind dann aber auch teurer. Und jetzt mal zum Vergleich. Eine normale Ölheizung hat einen Wirkungsgrad von bis zu 90 Prozent. Eine normale Gasheizung von bis zu 93 Prozent. Holz liegt mit seinen 80 Prozent, also deutlich drunter. Der BUND, der Bund für Umwelt und Naturschutz, erklärt dazu auch noch was ziemlich krasses. Sie sagen, für den Klimaschutz ist die Holzverfeuerung noch schlechter als das Verfeuern von Kohle, da Holz einen schlechteren Brennwert als Kohle hat. Ähnlich erklärt das auch der NABU immer wieder. Und wie viel Holz braucht so ein Ofen eigentlich? Das können wir mal grob zusammen ausrechnen. Ein Durchschnittsholzofen mit Durchschnittsheizleistung braucht so ungefähr anderthalb Kilo Holz pro Stunde. Wenn du also deinen Kaminofen zusätzlich zur normalen Heizung anmachst, isst er zwischen vier und sechs Stunden pro Tag an. Wenn er alleine die ganze Bude heizen soll, natürlich noch viel mehr. Aber gehen wir mal von den vier bis sechs Stunden aus. Die Heizsaison dauert vier bis fünf Monate. Das heißt, du kommst auf rund 1.100 Kilogramm Holz pro Saison. Das sind dann zwei bis drei Raummeter oder Steher, so lautet die Maßeinheit für Kaminholz. Ein Steher ist ein Kubikmeter parallel geschichtetes Holz. Aber Brennholzfirmen rechnen noch mit mehr Holz, vor allem, wenn der Kaminofen wirklich Räume heizen soll und nicht nur so schön aussehen und ein bisschen Wärme verbreiten soll für ein Spieleamt. Und selbst, wenn wir von der Mini-Variante ausgehen mit 1.100 Kilo Holz, dann ist das ja eine Menge. Was das pro Jahr kostet, ist extrem unterschiedlich, zwischen ganz grob mal geschätzt, 100 und 500 Euro. Und ob einem das die Gemütlichkeit wert ist, muss natürlich am Ende jeder selbst wissen. Aber was machen jetzt die, die jetzt mit ihrem alten Ofen dastehen und nicht wissen, wie es am 1.1. weitergeht? Es gibt eigentlich drei Möglichkeiten. Erstens, ich beende das Kapitel Kaminofen. Zweitens, ich kaufe mir neun. Drittens, ich rüste meinen alten, grenzwert überschreitenden Kaminofen um. Zu Möglichkeit 1, Schluss, Aus, Ende, gibt es ja nicht so viel zu sagen. Ich funktioniere den vielleicht um, stelle ein paar Trockenblumen rein, eine Kerze, mein Hamster. Klar. Machen wir vielleicht mal eine Folge drüber. Schöne Sachen basteln aus stillgelegten alten Kaminöfen. Mit David Alf, Einrichtungstipps, neu gemacht. So ein Extra am Wochenende. Ja, finde ich gut. Oder ihr sagt, nee, Möglichkeit 2, dann kauft ihr anstelle des alten einen neuen. Gibt so für um die 2.000 Euro in der einfachen Ausführung. Mittelklasse-Modelle kosten bis 3.500 Euro Premium, also die SUVs unter den Kaminöfen ab 4.000 Euro aufwärts. Die teuren Öfen, oft schon ab Mittelklasse, haben oft eine Zusatztechnik an Bord, die für weniger Schadstoffe sorgt. Zum Beispiel eine extra Luftzufuhr für eine extra gute Verbrennung. Seit 2020 gibt es auch für Kaminöfen übrigens das Umweltsiegel Blauer Engel. Hersteller können den beantragen, wenn ihre Öfen besonders gute Abgaswerte haben. 6 Modelle haben laut dem Bundesverband der Verbraucherzentralen so einen blauen Engel bekommen. Aber im realen Betrieb, nicht im Labor, unter Top-Bedingungen blasen auch neue Kaminöfen viel mehr Schadstoffe raus als auf dem Papier. 2-3 Mal so viel wie auf dem Prüfstand, schätzt das Deutsche Biomasse-Forschungszentrum in Leipzig. Die neuen Geräte halten zwar die neuen Grenzwerte ein, aber können unter Umständen trotzdem sehr viel Feinstoff verursachen. Und damit sind wir jetzt schon bei der überraschenden Möglichkeit 3. Ihr könnt euren alten Ofen einfach nachrüsten und damit sogar bessere Abgaswerte erreichen als mit einem neuen. Es gibt nämlich eine kleine Nachrüsterfindung für alte Öfen, die das möglich macht. Zum Beispiel mit einem sogenannten Rußfilter oder auch Feinstaubfilter genannt. Damit kann ich den alten Ofen ausrüsten und der hat plötzlich viel bessere Abgaswerte und darf weiter betrieben werden. Dieser Filter funktioniert im Prinzip wie so ein Katalysator. Er wandelt Abgase um in weniger schädliche Stoffe. Zusätzlich bleibt Feinstaub an der Oberfläche hängen. Im Prinzip wie bei so einer Dunstabzugshaube. So können ungefähr 90% des ganzen Drecks aufgefangen werden. So ein Filter kostet um die 300, 400 Euro plus Einbau und eine regelmäßige Wartung und immer mal neue Teile muss man auch einrechnen. Aber es gibt ja noch diese andere neue Methode zum Nachrüsten. Den elektrostatischen Staubabscheider. Auch sehr schön. Zungenbrecher, aber wirkungsvoll. Da wird oben in den Schornstein ein Fühler reingehängt. Der muss noch irgendwo an den Strom angeschlossen werden. Also braucht da oben irgendwo eine Steckdose. Aber dann werden durch den Strom die Staubpartikel im Kaminrauch aufgeladen. Damit verklumpen sie und legen sich innen an den Schornstein. Dort können sie dann ganz einfach weggekehrt werden vom Schornsteinfeger. Als ganz normaler, unschädlicher Dreck. Der Stromverbrauch davon ist minimal. Das Gerät schaltet sich nämlich nur an, wenn warmer Rauch aufsteigt und entfernt dann Achtung 95% der Rußpartikel im Rauch. Finde ich ganz schön ordentlich. 95% ist viel. Das hat unser Plus-Minus-Team übrigens auch nochmal mit Experten überprüft. Also bei so einem Gerät selbst nachgemessen das Ergebnis. Mit so einem Staubabscheider kann so ein alter Ofen sogar sauberer sein als ein nagelneuer. Das Teil kriegt man im Schnitt für um die 1000 Euro für so einen normalen Wohnzimmerofen. Und dazu kommt dann noch der Einbau durch den Fachbetrieb. Und wenn es gut läuft, wird der Einbau solcher Filter sogar noch gefördert. Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, kurz BAFA, hat ein Programm aufgelegt für effiziente Gebäude. BEG heißt das. Und da kann es auch ein bisschen Geld geben für so einen Einbau von Filtern. Übrigens für beide Varianten, die wir besprochen haben. Also für passive Filter wie Katalysatoren und für aktive, das sind die mit dem Strom. Ein Link zur Antragsseite des BAFA gibt es in unseren Shownotes. Aber Achtung, das ist, um es mal ganz freundlich zu umschreiben, nicht wirklich selbsterklärend. Du meinst, ein komplizierter Förderantrag kann ich mir nicht vorstellen. Ja, also, ja, ganz wichtig, vorher auf jeden Fall mit einem Fachunternehmen oder dem Schornsteinfeger sprechen, um sicher zu gehen, ist das für meinen Kaminofen überhaupt die richtige Methode und kommt der Filter, für den ich mich interessiere, auch für eine Förderung in Frage. Das alles kann sich lohnen, denn wenn es klappt, kann die Förderung bis zu 40 Prozent der Kosten betragen. Eine ganze Menge Holz für die Holzöfen und den Überblick. Wir fassen nochmal zusammen. Für ungefähr zwei bis drei Millionen Kaminöfen in Deutschland könnte ab Januar 2025 Schluss sein, weil sie die neuen Grenzwerte nicht einhalten, zu viel Dreck in die Luft pusten. heißt, bei der nächsten Kontrolle durch den Schornsteinfeger könnte das Teil offiziell außer Betrieb gesetzt werden. Und damit muss ich mich dann entweder abfinden oder einen neuen Ofen kaufen, der bessere Abgaswerte hat. Oder ich rüste ihn nach und anschließend muss ich dann mit einer Messung belegen, dass die neuen Grenzwerte eingehalten werden. Dazu gibt es verschiedene Filter und vor allem der passive Filter, der so funktioniert wie ein Katalysator, ist in der Anschaffung deutlich günstiger als ein neuer Ofen. Und grundsätzlich lässt sich zu Kaminöfen sagen, so schön es auch aussieht, so sehr ich es auch liebe. Holz verbrennen ist keine saubere Angelegenheit. Dabei entstehen immer wieder Feinstäube und Abgase, auch mit neuen Öfen und auch mit Filtern. Dann lässt sich was eindämmen, aber so ganz wegmachen lässt sich nicht. Im Vergleich zu anderen Heizungen ist ein Kaminofen in der Anschaffung ziemlich günstig, aber eigentlich nicht dafür gedacht, ganz alleine zu heizen. Eher so als Ergänzung. Ergänzung und wie viele Schadstoffe in die Luft gehen, hängt auch von dem ab, der den Ofen heizt. Welches Holz denn nimmt, welche Anzünder und ob der Ofen richtig bedient wird. Ich bin ganz traurig am Ende dieser Folge. Ja, du hast mir meinen Höhlenmenschen Lieblingsdasein kaputt gemacht. Was habe ich denn jetzt damit? Ja, du hast so viele Fakten genannt, die mich ja doch überzeugen. Nee, ihr habt ja alle recht mit diesen Fakten. Ja. Mein Herz blutet. Ich verstehe das ja. Es ist ja wie gesagt, es ist ja wirklich ganz herrlich, dieser Geruch. Und ich glaube, wir sind die Letzten, die jetzt in diesem Podcast am Ende sagen, schaltet das alles sofort ab und es muss sofort alles geschehen. Aber über die vielen Möglichkeiten, diese Feinstaubbelastung, die Schadstoffe zu mindern, haben wir ja gesprochen. Insofern war das doch vielleicht doch was Positives. Ich weiß, du hättest gerne jetzt so, hey, mach einfach so weiter, geil. Nein, nicht nur ich. Es gibt ja viele, die sagen, oh, es kann doch nicht alles schlecht sein, was irgendwie schön gemütlich ist und wie immer war. Muss es ja auch. Wir müssen nur was tun dafür. Genau, es ist ein bisschen die Bewusstwerdung. Es ist manchmal, man muss sich bewusst sein, dass das so viel ist, als ob ich 100 Kilometer zur Oma fahre mit dem Auto. Genau, in der Stunde. Einfach so ein Stündchen und meistens hat man ihn dann doch ein bisschen mehr brennen. Im Schnitt haben wir ja gesagt, vier bis sechs Stunden, da habe ich schon mal 600 Kilometer Auto gefahren. Wenn du dafür gar nie mehr in Urlaub fliegst, kommt man auch wieder ins Geschäft mit seinem reinen Gewissen. Da muss ich dann aber erst mal rechnen und oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also macht das bitte für euch selbst. Was ihr auch für euch selbst machen könnt und sollt, ist Abonniert uns. Wir würden euch gerne mit Glocken jeden Mittwochmorgen wecken. Nicht persönlich, also ihr müsst keine Sorge haben, Anna Planken steht nicht mit einer Glocke neben euch. Das macht euer Smartphone und wenn ihr es klugerweise nachts lautlos gestellt habt, natürlich ohne Sound, aber ihr seht dann morgens direkt, neue Folge plus minus Podcast. Endlich, mein Leben hat wieder einen Sinn. Wenn ihr Wünsche habt, Anregungen, Kritik, dann schreibt uns gerne zum Beispiel per Mail plus minus podcast at ard.de oder ihr bewertet auch unsere Folgen, kommentiert direkt unter der Folge. Es gibt so viele Möglichkeiten. Wir freuen uns und sagen erst mal ganz großes Dankeschön an diese ganze Arbeit zu dieser Podcast-Folge. Der Autor war Michael Wegmer. Mit Recherchen von Michael Huben. Und die Redakteurin, die uns betreut. Das ist eigentlich immer das Anstrengendste. Also Katharina, was du hier leistest. Ja, Katharina Fortenbacher, Jan, vielen, vielen Dank. Und einen richtigen Easy-Job, weil wir sind ja brillante Moderatorinnen und Moderatoren, hat Jo Baumann. Der muss ja quasi nichts machen, außer einmal auf Rekord zu drücken. Ja, finde ich auch. Aber Jo, du machst das, du machst das gut. Richtig gut. Und damit sagen wir hier, gut gelaunt. Ja. Macht's euch kuschelig. Am besten einfach nur unter der Bettdecke ohne Kaminofen. Bis dahin. Willst du noch was versprechen? Ich möchte immer gerne etwas versprechen. Nämlich heute, wenn ihr zusätzlich zu unserem Podcast noch auf der Suche nach ganz kompaktem Wirtschaftswissen seid, dann empfehlen wir euch den Podcast 10 Minuten Wirtschaft. Von Montag bis Freitag geht's da um ein drängendes Thema. Zum Beispiel, wie teuer der Führerschein geworden ist. Ja, krass, krass, krass. Hast du das mitgekriegt? Ich hab's nur so halb mitbekommen. Ja, deine Kinder sind zu klein. 5.000 Euro hat letztens eine Sportkollegin meiner Tochter bezahlt. Holy, dafür fährt man im Ferrari oder so. Ja, also richtig wichtiges Thema. Da ist der Online-Bedruck, über den da auch geredet wird, gar nichts geben. Das ist ja Wahnsinn. Hört rein, ihr findet den Podcast in der ARD Audiothek und einen Link gibt's in den Shownotes. Macht's gut. Und... ... ... ...